Gold steht symbolisch für Reichtum, für hohen Wert. Man verbindet es mit Schmuck, mit Luxus, mit Wohlstand und mit Glanz und Glamour. Aber lohnt es sich in Gold zu investieren? Was spricht dafür und was dagegen? Willkommen bei Teaching Finance, das erfahrt ihr im heutigen Video. Gold ist eine Anlage, die extrem emotional betrachtet wird und auch schon seit der Tausenden mit Emotionen und Traditionen gefüllt wurde. Es wird oft nicht rational genug betrachtet, ähnlich wie bei Immobilien. Viele, viele Menschen schwören darauf, einen Großteil ihres Geldes als Sicherheit in Gold zu investieren, da dieses Jahr in Zeiten, in denen man das Vertrauen in die Funktionsweise unseres Geldsystems verliert, einem Sicherheit bietet. Beispielsweise in Finanzkrisen, wie die Krise 2008, hat der Goldpreis massiv an Wert zugelegt, während die Aktien um 40% gecrashed sind. Das könnt ihr der folgenden Grafik entnehmen. Ist das aber ein Zeichen, all sein Geld in Gold zu investieren in solchen Phasen? Nein, gerade in Zeiträumen von 30 Jahren plus haben breit gesteuerte Aktieninvestments Goldinvestments um ein Vielfaches geschlagen. Könnt ihr euch noch an das Video erinnern, in dem wir euch darauf aufmerksam gemacht haben, in Wohlstand und Fortschritt zu investieren? Die Formel lautete, durch das Zusammenspiel aus Arbeit, Kapital, Ressourcen und Wissen entsteht Wohlstand und Fortschritt, also Produktivität. Dieses fehlt uns jedoch bei Gold, da Gold die Ressource selbst ist. Wie soll denn ein Teil der Formel die Formel ergeben? Der Wert entsteht durch Angebot und Nachfrage. Es ist kulturell extrem aufgeladen und hat ein großes Vertrauen. Produktiv ist es jedoch nicht. Ähnlich wie bei Kryptowährungen. Außerdem hat Gold keine laufenden Erträge. Bei Aktien haben wir beispielsweise Dividenden, bei Anleihen haben wir die Zinsen und bei Immobilien die Mieterträge. Wo sind jedoch die laufenden Einnahmen bei Gold? Richtig, Fehlanzeige. Was das Wirtschaftsgeschehen angeht, spielt Gold auch im Gegensatz zu beispielsweise Kupfer oder Aluminium keine wirklich große Rolle. Es hat keinen großen gewerblichen Nutzen. Wann lohnt es sich jedoch in Gold zu investieren? Wann könnte es attraktiv sein? Es hat eine sehr niedrige Korrelation oder Verbindung zum Aktienmarkt. Es gibt keine langfristigen Parallelen, die zeigen, dass der eine Markt den anderen im Kurs beeinflusst. Es ist zwar kein Argument, dass Gold von anderen Sachwerten abhebt, jedoch ist Gold ebenfalls Inflationsgeschütz. Es schlägt langfristig die Inflation. Dies ist bei den meisten anderen Sachwerten langfristig auch der Fall. Es heißt aber nicht, dass es ein unwichtiges Kriterium ist. Gold genießt eine weltweite Akzeptanz und gehört zu den ältesten Zahlungsmitteln der Welt. Das heißt also, in Finanzkrisen, aber auch bei anderen Risiken von außen, wie beispielsweise Naturkatastrophen, Kriege, starke Veränderungen, hat sich Gold meist als sehr stabil erwiesen. Dies ist natürlich auch durch die kulturelle und emotionale Auffüllung begründet. Jetzt die Frage, wie kann man in Gold investieren? Naja, man kann Gold in Form von Münzen oder Barren aufbewahren in einem Tresor, ganz klassisch. Aber man kann sie auch über sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities kaufen, die vergleichbar sind mit ETFs. Hier sind statt Aktien und Anleihen jedoch eine breite Anzahl an Rohstoffen drin und natürlich auch ein gewisser Goldanteil. Wie gesagt, wir raten nicht unbedingt dazu und finden, dass es deutlich bessere Alternativen gibt, um sein Risiko zu minimieren. Ganz wichtig ist es, rational zu bleiben bei seinen Finanzentscheidungen und hier findet dann Gold meist kleinen Platz, maximal zu sehr geringen Mengen. Auf jeden Fall aber weniger als 10% des Portfolios. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und konntet viel lernen. Was ist eure Meinung zu Gold? Wie viel Prozent eures Portfolios besteht aus Gold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten war es das mit dem heutigen Video. Vergesst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren vor allem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Teaching Finance.